Hallo und Willkommen im Schloss von Rogue Legacy wir wollen mal wieder ein bisschen durchfailen und zwar machen wir das mal mit Lady Chun-Li der dritten und wir haben ein bisschen Money noch, dass wir verbraten können ich würde mal sagen wir machen mal Attack Up Critical Damage ja, oder wir 10 HP nochmal mehr na, wir müssen einfach mal hier Attack Up machen da muss er mal ein bisschen was passieren und Level 37, ich weiß, das reicht glaube ich noch nicht um den zweiten Gegner zu bezwingen aber wir müssen einfach ein bisschen Geld sammeln hier irgendwie mal ein bisschen Geld sammeln wasser hat 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 das ist ja das ist ja meistens so wo ein Feuer Magier ist da ist auch ein Eis Magier nicht Sehr viel entfernt. Meine Güte. Das ist ja Essen wenn ihr überall geht. Meine Güte. Geht gleich richtig gut ab hier. Ich dachte ich krieg vielleicht ein nettes Einführung in die Level. Ich krieg ja gleich die volle Breitseite. Okay. Dann muss ich hier machen. Oh. 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 Das war richtig fies, so schnell konnte ich leider nicht springen. Mann, Mann, Mann. Die hat's also, ihr wisst, Lady Chun-Li, wir können sie gleich wieder nehmen. Ich muss endlich mal, die hat ADHD, ich muss endlich mal lernen, diese verdammten Dings einzusetzen, ey. Das ist doch nervig. 875, da haben wir leider nicht geliefert. Diese Magie, ne? Die muss ich eigentlich mal ein. Ich muss einfach mal rufen, Alter. Die ist aber richtig flott. Und damit können wir einen Speedrun machen. Ich kann mich nicht mehr Frauen machen. Ich weiß nicht, dass ich die g部elte Fahrer gewinnen muss. Das war's in dem Raum. Ich muss mal am besten gleich wegmachen, die blöden Augen. Die nerven nämlich richtig. Also die Augen, wenn das nerven, dann sind's die Augen. Die können einem so richtig auf die Nerven gehen. Hier haben wir nen Brunnen. Können wir auch gebrauchen. Ich hab gewusst, dass das so ein blödes Spiel ist. Aber ich konnte nix machen. Ich hab' blind in die Falle gelaufen. Ja, komm mir mit deinen. Tag. Verdammtes Bild ey. Hat mir mal die ganze Energie geklaut. Das ist ja wohl nix. War ich da oben? Ja, da war ich. Da hatte ich alles, ne? Äh, defeat all enemies. Zack. Juhu, endlich mal wieder. Eine Rune gefunden. Sprint. Ja, die hab' ich doch. S Chemical. Was nicht da ist. Aber nicht. Das hier kann man ja jetzt auch Das war knapp Ab hier mit einem Gott nö Oh Gott nö Wow, das war cool Das war cool Verdammt Wie komm ich da hin? Oh schade, ohne zu sterben Gar nichts, ich werde hier sterben Ich kann das nicht Ich kann das nicht Ich kann das nicht umsetzen Ich kann das nicht umsetzen im Kopf, das ist ja unglaublich Ich kann das nicht umsetzen im Kopf Ich kann das nicht umsetzen im Kopf Ich kann das nicht umsetzen im Kopf die wenn wir sterben das da leider wollen Darlene da der Darm